Willkommen zu einer neuen Folge von Diese Woche bei Bungie. Nur noch vier Tage bis zu Lightfall und mit jeder Info, die uns Bungie gibt, steigt auch die Vorfreude darauf. Gestern Abend ist der Launch Trailer erschienen, den ihr auch im Hintergrund seht. Ich habe die deutsche Version dazu natürlich auch in der Beschreibung für euch verlinkt, wenn ihr euch diesen anschauen wollt. Aber jetzt geht es erstmal um die neuesten Infos von Bungie für uns und da sind ein paar richtig coole Sachen dabei. Bevor wir jetzt in die News einsteigen, noch etwas in eigener Sache. Zur Feier von Lightfall werde ich aus dem März ein Giveaway Fest auf meinem Twitch-Kanal machen, den ich auch rechts oben nochmal verlinkt habe. Ich werde hier von Emblemen über Destiny Silber, Destiny Merch, dem Spiel selber, also Lightfall, ein bisschen zu Lightfall Collector's Edition für 300 Euro, vieles für euch verlosen. Mehr Infos dazu kommen noch, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn man sich bald auf meinem Twitch-Kanal sieht. PS, heute Abend werde ich auch live sein. Also, nun zu den News. Los geht's mit dem PvP. Ab nächster Season wird die Freelance-Playlist in der kompetitiven Playlist eingestellt werden, weil Bungie davon überzeugt ist, dass die neuen Matchmaking-Funktionen die Teams gut genug aufteilen werden, sodass das Ganze nicht mehr nötig ist. Ja, mal schauen, ob das funktioniert. Und es ist möglich, in der Competitive-Playlist nach den ersten Platzierungsspielen jetzt dann auch direkt in die Platin-Division gerankt zu werden. Das war ja in der letzten Season noch nicht möglich. Außerdem wird die Verteilung der Spielmodi geändert. Zwei Drittel der Matches wird man jetzt den Modus überleben bekommen und die Spielmodi Rift und Showdown teilen sich das andere Drittel. Außerdem wurden Maps entfernt, die nicht so gut zu Showdown passen. Generell werden jetzt aber auch Maps wie Javelin 4, Endloses Tal und Altar der Flamme häufiger vorkommen. Und wie gesagt, Verzehrung und Staubkathedrale wurden sogar komplett entfernt. Und wir können den Titel Ruhmreich ab Season 20 vergolden. Eine richtig coole Info ist, dass es ab nächster Season wird man in Prüfung von Osiris und in der Competitive-Playlist für das Wechseln von Exorüstungen bestraft. Bisher ist es ja so, dass man oft für das normale Gameplay eine Rüstung XY hatte und dann, wenn die Super voll ist, wechselt man auf eine Exorüstung, die einem hier Vorteile gibt, eine längere Super oder ähnliches. Das wird unterbunden. Wenn man das jetzt macht, verliert man seine komplette Fähigkeitenenergie, so wie man jetzt die Subklasse zum Beispiel tauschen würde. Ich denke, dass das eine starke Änderung ist, aber es ist auch nicht genug und deswegen kündigt Bungie auch jetzt schon mal für nächste Season einen großen PvP-Blog-Beitrag an, wo sie einfach mehr aufs PvP eingehen werden, rund ums Matchmaking und Co. Ich bin gespannt, was sie da sagen, ob wir neue Infos bekommen oder ob sie nur das alte wiederholen werden. Müssen wir abwarten. Jetzt geht es weiter mit dem Artefakt für nächste Season. Bungie hat uns hier schon mal die komplette Liste an Artefakt-Mods, beziehungsweise ich nenne es eher Perks, die wir jetzt bekommen, verraten. Info zu Beginn. Denkt dran, Artefakt-Mods müssen nicht mehr ausgerüstet werden. Stattdessen könnt ihr zwölf Stück pro Charakter auswählen, die passiv immer aktiv sind. Los geht's mit der ersten Reihe, unseren Anti-Champion-Waffen. Gegen Anti-Barriere haben wir Impulsgewehre und Pistolen, gegenüber Ladungs-Champions bekommen wir Bögen, Automatikgewehre sowie Maschinenpistole und Scoutgewehre werden gegen unaufhaltsame Gegner sein. In Reihe 2 bekommen wir hier ganz neue Perks im Artefakt. Hier bekommen wir jeweils für Solar, Strand, Leere und Granaten eine Mod, die die Rüstungsenergiekosten von Mods, die jetzt zum Beispiel Granaten oder das entsprechende Element betreffen, erheblich reduziert. Also wir sehen, Solar, Strand, Leere und auch das Granatengameplay wird hier gefördert. Ich denke mal, das Granatengameplay wird gefördert, weil wir unter anderem bei Strand ja die Granate brauchen, um uns mehr durch die Luft zu hangeln. Und wir bekommen eine Multi-Siphon-Mod. Das ist eine kombinierte Siphon-Mod für Leere, Strand und Solarwaffen-Kills. Wenn wir also die aktiviert haben, dann bekommen wir, egal ob Strands, Solarwaffen oder Leere-Kills sind, eine Sphäre der Macht. Spalte 3 gibt uns folgende Mods. PS, die Namen und so, die habe ich jetzt teilweise übersetzt. Könnte natürlich auch etwas abweichen dann nächste Season. Leg mich darauf nicht fest. Dann das erste wäre Sphären zerschmettern. Wenn du das erste Mal den Schild eines Gegners zerbrichst, erschaffst du eine Sphäre der Macht, wenn du den Schild mit passendem Schadenstyp zerbrichst. Schon mal ganz nice. Dann haben wir trotzige Waffenkammer. Hier bekommen wir verbesserte Vorteile für die Ursprungseigenschaften, die wir neu bekommen. Dann haben wir eine, ja ich nenne es nach wie vor Untangler. Das Zerstören eines Gewirrs mit einer Strandwaffe hält Ziele fest, die durch die Explosion beschädigt wurden. Also zum Beispiel, ich denke mal mit Kriegssilbersturm oder mit der neuen Pistole. Wenn wir dann da diese Gewirre zerstören, werden die Gegner auch noch festgehalten. Solar Surge, das Aufsammeln eines Feuergeistes gibt die Rüstungsladung und wir bekommen flüchtige Geschosse zurück. Das Aufheben eines Orbs oder einer Sphäre der Macht gewährt leere Waffenvorteile, flüchtige Geschosse also. Spalte 4. Bricks from Beyond. Also Munition vom Jenseits oder keine Ahnung. Wenn sie oder wenn du einen mächtigen Kämpfer mit einer leeren Waffe besiegst, dann hast du die Chance, schwere Munition für dich und deine Teamkollegen zu generieren. Aufflammen. Feuerblitzgranaten wenden jetzt mehr Scorch, also Verbrennstapel, Versengenstapel an, so. Wenn du einen Kämpfer mit einer Feuerblitzgranate Schaden zufügst, erscheint auch ein Feuergeist in der Nähe. Origin Hones. Auch hier Waffen mit, also da werden wieder die Origin-Eigenschaften betroffen sein, dass die wieder verbessert sind. Und, äh ne, diese Waffen, die sind dann immer überladen sozusagen. Man macht immer 25% mehr Schaden mit diesen Waffen. Verbündete Entwirrung. Schnelle Todesstöße mit einer Strand-Waffe gewähren deiner Waffe unraveling rounds. Ähm, ja, ich weiß nicht was das ist. Wisst ihr es vielleicht, aber ich denke, das ist so das wie flüchtige Geschosse nur für Strand. Strand, das wird ein neuer Perk sein, den wir wahrscheinlich auch bei den Fragmenten haben. Und, ähm, die Dauer ist verlängert von diesen unraveling rounds, wenn wir Gegner, äh, Verbündete in der Nähe haben. Dann haben wir Counterweave. Wenn du oder ein Mitglied deines Feuerteams einen Champion betäubst oder besiegst, erhältst du Energie für deine am wenigsten aufgeladene Strand-Fähigkeit. Dann kommen wir zur Spalte 5. Stranded Reach. Das Zerstören eines Gewirrs mit einer Strand-Waffe erzeugt eine größere und schädlichere Explosion. Also Stranded Reach und, äh, Antangler, das könnte sehr gut zusammenpassen. Also mit dem einen machen wir eine größere und stärkere Explosion durch das, äh, Zerschießen dieser Strand-Gewirre. Und mit dem anderen Perk, ähm, werden auch die, die nicht getötet werden, sondern nur getroffen wurden, dann auch noch eben festgehalten. Feuerblitzregen. Wenn du Feuerblitzgranaten ausgerüstet hast, erhältst du eine zweite Granatenladung. Dann kommen wir zur Leere-Waffen-Kanalisierung. Du bekommst einen vorübergehenden Bonus auf den Schaden von Leere-Waffen, nachdem du ein Ziel mit einer Leere-Waffe besiegt hast. Wenn mindestens eine deiner Leere-Fähigkeiten voll aufgeladen ist. Der Schadensbonus erhöht sich basierend auf der Anzahl deiner voll aufgeladenen Leere-Fähigkeiten. Schauen wir mal, wie stark der Schadensbonus ist, aber hört sich zumindest interessant an. Ähm, eine aufgeladene Leere-Waffen, äh, eine Leere-Fähigkeit hat man eigentlich ja immer, ist durchaus drin. Dann haben wir mittelalterlicher Champion. Ähm, hier bekommen wir im Prinzip zwei Anti-Champion-Mods. Gleven, ja, mit ihnen können wir dann unaufhaltsame Champions, ähm, staggern. Und wir haben für Überladungs-Champions das Schwert. Das ist also eine 2-in-1-Champions-Mod. Ähm, sehr interessant. Äh, vor allen Dingen freue ich mich auf, äh, Schwerter und Überladungsgegner. Mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Prismatischer Transfer ist der letzte Perk. Wenn du deine Super wirkst, erhält jedes Mitglied deines Einsatztrupps mit einem anderen Schadenstyp oder Subclass-Schadenstyp als deinem eigenen einen Bonus auf den Waffenschaden. Auch hier bin ich gespannt, wie stark das sein wird. Könnte aber zum Beispiel für den Day-One-Raid auch sehr interessant sein. Müssen wir abwarten, wie stark das ist. Jetzt kommen wir nochmal zu einer Erinnerung. Es gibt jetzt ab Season 20 neue Wege, um Champions zu stunnen, zu besiegen. Also, wir können, ähm, jetzt zum Beispiel Champions mit natürlich Exo-Waffen, die einen intrinsischen Anti-Champion-Vorteil haben, besiegen. Ähm, ja, Limonark gegen Überladungs-Champions oder Eriana-Schwur gegen Anti-Barriere-Champions oder Leviathan-Hauch gegen Unaufhaltsame und so weiter. Wir können Waffen aber jetzt natürlich auch verwenden, wie es bisher auch so war, die einen Artefakt-Perk haben gegen Champions. Dann können wir über, ähm, Status-Effekte, die wir mit den Subklassen erzeugen, Champions stunnen. Für Barriere ist es zum Beispiel, wenn wir strahlend sind, wenn wir flüchtige Geschosse haben. Oder wenn wir diese Unraveling-Rounds haben, ja, mit diesen drei Sachen, können wir einen Anti-Barriere-Champion stunnen. Dann Überladung-Champions, da haben wir Schock, Unterdrückung und Verlangsamen. Und bei Unaufhaltsamen Champions haben wir Entzünden, Blenden, Zerschmettern, also wenn sie von Stasis eingefroren sind. Und, ähm, Suspend, das ist von Strand. Ich bin mir nicht sicher, was Suspend ist, aber ich denke mal, das ist es, wenn sie an den Fäden hängen, wenn ich das Ganze richtig im Kopf habe. Dann, ähm, ein Beispiel wird hier gegeben, wie das funktioniert. Zum Beispiel, wenn wir strahlend sind, weil, ja, wir einfach das Ausweichmanöver mit dem Jäger oder so gemacht haben, dann bekommt man Anti-Barriere-Kugeln, egal welche Waffe wir haben. Wenn wir eine Waffe mit dem Perk Chill Clip haben, ähm, dann wird der Verlangsam-Effekt einen Überladungs-Champion stunnen. Und wenn wir dann ein zweites Mal draufschießen und der dann sozusagen zersplittert, dann könnten wir damit einen Unstoppable- oder Unaufhaltsamen Gegner stunnen. Exos mit einem Anti-Champion-Status-Effekt, ähm, erhalten jetzt aber zum Beispiel keine Anti-Barriere-Kugeln, wenn wir, ähm, strahlend sind. Ja, also Argas Zepter zum Beispiel, mit dem können wir Überladungs-Champions verlangsamen oder auch Unaufhaltsame-Champions dann, ähm, stunnen. Aber wenn wir jetzt dann hier Radiant bekommen, dann können wir nicht plötzlich beides machen oder so. Wie alles genau funktioniert, werden wir natürlich nächste Woche dann selber ausprobieren können. Ich persönlich habe richtig Lust, die ganzen neuen Mechaniken zu lernen und mir das anzuschauen. Vor allen Dingen auch die ganzen Builds, die ich dann bauen werde. Ich hoffe, ihr seid dann mit am Start. Jetzt zum Schluss noch etwas Cooles für alle, die Witch Queen nicht haben. Witch Queen ist dieses Wochenende kostenlos zum Spielen. Und zwar, ähm, haben wir es auf Xbox, Playstation, Steam, Microsoft Store und Epic Games, ja. Es ist momentan schon live, ihr könnt schon kostenlos spielen. Ihr könnt es euch runterladen und das komplette, äh, oder den kompletten DLC, die Story durchspielen. Von dem her, wenn ihr es nicht gemacht habt, macht es auf jeden Fall. Lohnt sich, das ist eine richtig gute Kampagne. Und das war's zu den News für diese Woche. Was haltet ihr denn davon? Freut ihr euch auf die Änderung? Ich persönlich finde die Artefakt-Mods sehr interessant und freue mich schon drauf, damit zu spielen und auszuprobieren. Und ja, die Lust auf Lightfall ist nur noch mehr gestiegen. Ich freue mich auch darauf, euch dann auf meinem Twitch-Kanal begrüßen zu können. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like oder vielleicht sogar ein Abo hier auf YouTube da. Würde mir sehr weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal, euer Ilias. Ciao. Ciao.